Geschichte 3 – Das geheimnisvolle Rennen der Zauberautos Es war einmal eine zauberhafte Autowelt, in der lebendige Autos mit besonderen Fähigkeiten existierten. In dieser faszinierenden Welt gab es ein Rennen, das nur einmal im Jahr stattfand, das geheimnisvolle Rennen der Zauberautos. Es war ein aufregendes Ereignis, bei dem die mutigsten und schnellsten Autos um den Titel des Rennmeisters kämpften. Inmitten dieser aufregenden Welt lebte ein kleines, neugieriges Auto namens Spark. Spark war ein leuchtend blaues Auto mit funkelnden Rädern und einem unersättlichen Durst nach Abenteuern. Er träumte davon, eines Tages am geheimnisvollen Rennen teilzunehmen und zu zeigen, was in ihm steckte. Eines Abends, als der Himmel in warmen Farben erstrahlte und die Sterne leise ihre Lieder sangen, vernahm Spark ein Flüstern in der Luft. Es war das Gerücht über die bevorstehende Austragung des geheimnisvollen Rennens. Spark konnte vor Aufregung kaum ruhig liegen und beschloss, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Mit seinem treuen Freund, dem fliegenden Kamerad namens Flitzer, begann Spark eine Reise durch die zauberhafte Autowelt. Sie fuhren über glitzernde Straßen, durch farbenfrohe Wälder und entlang majestätischer Berge. Ihr Ziel war das geheime Tal, der sagenumwobene Ort, an dem das Rennen stattfand. Unterwegs trafen sie andere zauberhafte Autos, die ihre Hilfe benötigten. Spark und Flitzer zögerten nicht, ihnen beizustehen und ihre besonderen Fähigkeiten einzusetzen. Sie halfen einem Auto mit einer blockierten Feder, indem sie sie mit einem Sprung wieder in Gang brachten. Sie retteten ein kraftloses E-Auto, indem sie ihm ihre Energie liehen. Die dankbaren Autos erzählten Spark und Flitzer von einer verborgenen Abkürzung, die sie zum geheimen Tal führen würde. Es war ein gefährlicher Pfad, der durch eine dunkle Schlucht führte und von rätselhaften Hindernissen gesäumt war. Doch Spark und Flitzer ließen sich nicht abschrecken. Sie waren fest entschlossen, ihr Ziel zu erreichen. Mit jeder Herausforderung, die sie meisterten, wurden Spark und Flitzer stärker und mutiger. Sie überwanden schwindelerregende Brücken, flinke Wasserströme und geheimnisvolle Nebelschwaden. Ihr Vertrauen wuchs, und sie spürten, dass sie bereit waren, am geheimnisvollen Rennen teilzunehmen. Endlich erreichten sie das geheime Tal, wo sich die besten Zauberautos versammelten. Die Atmosphäre war elektrisierend, als die magischen Autos ihre Fähigkeiten präsentierten. Spark fühlte das Kribbeln in seinen Rädern und wusste, dass er bereit war, sein ganzes Können zu zeigen. Das Rennen begann, und Spark fegte mit atemberaubender Geschwindigkeit über die speziell angelegte Rennstrecke. Er nutzte seine magische Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen, um seine Konkurrenten zu überraschen. Flitzer, der ihm als treuer Begleiter folgte, sorgte mit seinen Flügeln dafür, dass Spark über gefährliche Abgründe hinweg schweben konnte. Die Rennstrecke führte Spark durch ein Labyrinth aus leuchtenden Tunneln, über schwindelerregende Sprungschanzen und durch enge Kurven. Jeder Augenblick war ein Adrenalinschub, und Spark spürte, wie sich seine Träume in diesem magischen Moment erfüllten. Doch das Rennen war nicht nur eine Herausforderung für Spark, sondern auch für seine Freundschaft mit Flitzer. Inmitten des Wettbewerbs mussten sie zusammenarbeiten und sich blind aufeinander verlassen. Sie waren ein unschlagbares Team, das sich perfekt ergänzte. Das Finale des Rennens war da, und Spark befand sich Kopf an Kopf mit den besten Zauberautos der Autowelt. Jeder Zuschauer hielt den Atem an, als Spark seine letzte magische Fähigkeit einsetzte, er erzeugte eine mächtige Energiewelle, die ihn mit unglaublicher Geschwindigkeit vorantrieb. Überwältigt von der Energie und dem unerschütterlichen Glauben an sich selbst, überquerte Spark die Ziellinie als erster. Die Menge jubelte und feierte den neuen Rennmeister der Zauberautos. Spark war überglücklich, dass er es geschafft hatte, seine Träume zu verwirklichen. Nach all der Aufregung und dem Jubel kehrte Spark schließlich zu seinem Parkplatz zurück und legte sich zur Ruhe. Er war erschöpft, aber glücklich. Spark wusste, dass er einen Unterschied gemacht hatte und dass Freundschaft und Hilfsbereitschaft die Welt zu einem besseren Ort machten. Und so schloss Spark seine Augen und träumte von neuen Abenteuern, die ihn in der zauberhaften Autowelt erwarteten. In seinen Träumen hörte er das Flüstern des Windes und das aufgeregte Klappern der Rennwagen. Er wusste, dass er ein Rennmeister war, aber vor allem war er ein Freund, der immer bereit war, anderen zu helfen. Gute Nacht, meine lieben Kinder, und möget ihr von spannenden Träumen und mutigen Abenteuern inspiriert werden. Träumt süß und lasst eure Fantasie euch auf unvergessliche Reisen führen.